Heute zeige ich dir, wie du 300 Euro am Tag verdienen kannst mit Social Media und das Alphanomen Handy. Aber komm, Einzelheiten, Schritt für Schritt Anleitung. 300 Euro am Tag, also bis zu 9000 Euro im Monat. Und das mit Instagram, TikTok und YouTube. Ist das schon mal geil? Also, und diese Taktik hat es in sich und wir gehen heute Schritt für Schritt da durch. Ohne dein Gesicht zu zeigen und anonym. Ja, wirklich, also. Ohne dein Gesicht zu zeigen und anonym. Nur mit einem Handy. Du brauchst nur ein Handy, mehr brauchst du nicht. Und fast vollautomatisch. Und das sind die Einnahmen. Einfach mal so. Habe ich gestern zugeschickt bekommen von der Interessenten und gesagt, hey, kannst du mein Projekt mal anschauen? Kannst du mir Tipps geben? Die Einnahmen habe ich ausgeblendet. Wir verdienen Geld mit Amazon, aber du kannst es mit jedem Affiliate-Marketing-Programm auch umsetzen. Aber in dem Fall hat er das mit Amazon Partnernet umgesetzt. Und du siehst einfach eine Conversion von 9% und 1000 Klicks und 99 Bestellungen. Und Einnahmen habe ich jetzt ausgeblendet. Musst du nicht. Aber eine Conversion von 9% über Social Media. Und du kannst es auch einfach mit deinem Handy nachmachen. Okay, weiter. Nächster Schritt. Wir müssen das jetzt hier kurz ausmachen. So, also, bist auf dem Kanal Michael Kotze von 0 auf 6-stellig. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich abonnieren würdest. Wenn du mich schon abonniert hast, schau gerne. Locke. Hast du die Locke aktiviert? Und jetzt schauen wir uns das an. Pass auf. Und es ist so einfach, dass du einfach so sagst, ich habe gestern gedacht, boah. Und ich habe vorher gefragt, hey, kann ich deinen TikTok-Kanal und Instagram und YouTube zeigen? Und ich zeige dir das jetzt Schritt für Schritt. Und das ist sein TikTok-Kanal. Und der ist noch gar nicht so alt. Und er macht halt sehr einfache Bildschirmaufnahmen mit seinem Handy. Ein Voice-Over. Und das war's. Und du hast zum Beispiel hier vorne, oder er hat hier vorne 5700 Aufrufe. 7500 Aufrufe mit sehr einfachen Videos. Und er hat hier einen Metalldetektor. Da wäre ich jetzt gar nicht auf die Idee gekommen. Und so geil. Und ich zeige euch das einfach mal. Also ich habe heute für euch. Also, er hat einfach seinen Monitor abgefilmt vom Handy. Kannst du gratis machen. Und seine Stimme drüber gepackt. Er hat hier ein paar Hashtags genommen. Die sind ganz okay. Beschreibung ist auch ganz cool. Und hat hier auch ordentlich Kommentare. Und wir spielen einfach mal das Video ab. Durch den Metalldetektor für Kinder und Erwachsene. Das ist ein professionelles Metallsuchgerät, was wasserdicht ist und höhenverstellbar. Und was noch besonders ist, ist eine Faltschaufel inklusive. Der Metalldetektor kostet regulär 54 Euro. Ich finde, er macht das ein bisschen zu langsam. Hey Leute, ich habe heute wieder ein super Angebot für euch. Du wolltest schon immer mal Gold suchen am Strand und so. Ich habe hier einen Metalldetektor für Erwachsene und Kinder. Und das Ding kostet nur 54 Euro, Gutscheincode und so weiter. Und dann kannst du noch etwas machen. Aber ein bisschen schneller oder so. Das würde ich als erstes machen und so. Es ist ein bisschen für TikTok zu langwierig. Er hat jetzt auch keine Sachen eingeblendet. Kein Text nochmal eingeblendet. Das wäre nochmal ganz cool, wenn er nochmal einen Text eingeblendet hat. Hey, Link ist im Profil und so weiter. Also das wäre so das Erste. Wir schauen uns aber mal das neueste Video an. Also wir haben einfach mal 5000 Aufruf und er hat einfach Bildschirmaufnahmen genommen. Er zeigt sein Gesicht nicht. Wie cool ist das? Das ist zum Beispiel auch wieder so ein... Das ist das Neueste. Ich habe heute für euch einen Deal für einen Solar Power Bank mit 30.000 Milliampere. Es hat 10 Watt Wireless Charging und hat hier unten noch zwei LED-Lichter. Es gibt auch noch 18 Watt Schnellladung mit dem traktbaren Ladegerät. Und den USB-Eingang ist natürlich auch Wasser. Ich würde vorher auch sagen, hey, du kennst das vielleicht auch. Dein Handy ist wieder leer und so weiter. Ey, du brauchst eine Power Bank und hier habe ich eine geile. Also ich würde das halt ein bisschen schneller machen. Und diese ganzen Einnahmen, ich habe dir das ja gerade gezeigt. Hier sind die Einnahmen. Also ja, wie macht er das? Er hat hier natürlich im Profil einen Link. Und er hat höchstwahrscheinlich einen Business Account. Dann kannst du einen Link reinpacken unter 1000 Follower. Aber er hat jetzt zum Beispiel, ich weiß es jetzt nicht genau, weil ab und zu zeigt TikTok das an. Aber man kann hier im Profil auch seinen Instagram-Kanal verlinken und seinen YouTube-Kanal. Hat er jetzt nicht gemacht. Er hat ab und zu wird es ausgeblendet von TikTok bei diesem crazy Mann. Aber das ist es eigentlich. Und damit verdient er Geld. Und ich zeige dir auch, wie du automatisiert das machen kannst und welche Nischen man noch abarbeiten kann. Also ich habe jetzt gestern schon gesagt, hey, zum Beispiel hat er hier ein Buch. Und du siehst auch, dieses Buch hat nur 300 Aufrufe. Also er hat hier einfach mal 2100, 2200, das sind eine Frutöse oder so. Und dann halt ein Buch von Niggis Hofjens. Und das passt gar nicht in die Nische rein. Ich habe heute für euch eine Buchaktion und zwar das Buch Passives Einkommen Kickstarter von Thomas Klussmann. Und das Buch gibt es komplett gerade. Auch vorher, so dieser Intro. Hey, du wolltest dir schon immer mal ein passives Einkommen aufbauen. Ich habe ein Gratisbuch. Dann weiß ich sofort, bin ich angesprochen, noch nicht. Und hier hat er, glaube ich, alle Hashtags vergessen. Und deshalb, also es ist so diese Mischung aus, ist es das falsche Produkt auf dem Kanal oder hat er hier die Hashtags und die Beschreibung vergessen? Vielleicht hat er aber auch Wörter genommen, die spammy sind für TikTok und deshalb wurde es ausgeblendet. Hatte ich nämlich jetzt auch ein paar Mal. Also sehr, sehr wichtig, dass du da auch mal schaust. Dann weiter. Aber das Buch passt gar nicht dazu. Natürlich könntest du jetzt einen TikTok-Kanal machen, nur mit Büchern oder nur mit Videokursen und so. Cool, kannst du dann verdienen. Dann haben wir hier den Link. Damit verdient er dann Geld. Wir versuchen ja von den Videos Aufmerksamkeit mit den Videos zu bekommen und dann halt, dass die Leute auf den Link klicken. Und ich würde auch hier vorne öfters nochmal einblenden. Hey, Blick auf den Link, sichere dir den Rabatt. Vielleicht auch eine Zeit. Also wieder dieser Rabattkurs werden ja auch zeitlich begrenzt sein. Achtung, nur 24 Stunden, würde da noch eine Begrenzung einbauen. Also wenn es dann so ist, wenn das natürlich Lifetime geht, dieser Rabattcode. Aber wenn dieser Rabattcode nur 24 Stunden, drei Tage geht, würde ich das auch da reinschreiben. Dann kommen wir hier auf den Link. Haben wir auch schon aufgemacht. Das ist dann halt so eine, ja, so eine Bitchpage, wo er dann alle Produkte wirklich aufgelistet hat. In der gleichen Reihenfolge. Finde ich cool. Finde ich cool, aber gut, er hat jetzt seine anderen Social Media Profile verlinkt. Finde ich auch gut. Er macht jetzt hier nichts anderes. Also er sammelt keine E-Mail-Adressen ein. Er hat keine Telegram-Gruppe, nichts. Wie cool ist das bitteschön, wenn du jetzt noch eine Schnäppchen-Telegram-Gruppe hast. Und die Leute kommen in die Telegram-Gruppe und du postest auch die Schnäppchen rein. Und hast dann irgendwann mal tausende von Leuten in deiner Telegram-Gruppe. Oder Facebook-Fanpage oder so. Weil du kannst ja auch eine Facebook-Fanpage verlinken. Und wir haben bei den Verkaufszahlen, Klicks und Verkaufszahlen oder so, dann halt das noch weiter zu machen und so. Wie cool ist das denn dann bitte? Weil die Zahlen sind genial. Für die Aufrufzahlen und so weiter. Und dann 9% Conversion und so, das ist einfach mega. Du kannst unsere Seite auch bauen. Das ist dann halt hier der Anbieter. Keine Ahnung. C8K. Keine Ahnung. Ich kannte ihn vorher auch gar nicht. Das gibt immer wieder Anbieter und so. Und der hat sich wohl auch spezialisiert, so ein bisschen auf Amazon und so weiter. Und ja, also kannst du auch nachbauen und so. Aber wie gesagt, ich würde hier gucken, sammle ich noch E-Mail-Adressen ein. Oder Leute, die mir in meinem WhatsApp-Kanal folgen oder Telegram. Das ist sehr, sehr nice. Aber ja, hier ist es wahrscheinlich auch gut anbauen. Ich weiß nicht, wie die Suche ist. Kann ich dann bei Amazon suchen? Ne, nur dann halt in den Bildern. Okay. Das ist aber auch eine coole Suche. Passt ganz gut. Und wer hat der Anbieter? Ja, hast du bestimmt auch wieder ein Gratis-Paket. Und kannst dich gratis anmelden und dann für Zusatzpunkte muss halt ein bisschen Geld. Ja, wenn du auch eine coole Idee hast oder wenn du Fragen hast, schreib mich auf Instagram an. Übrigens, am Wochenende gibt es ein Gratis-Seminar von mir. Und wenn du ein Gratis-Ticket haben willst, schreib mich auf Instagram an. Hey, Michael, ich will ein Gratis-Ticket. Auf Instagram heiße ich Michael Kotzugel. So, jetzt gucken wir einfach mal ganz kurz. Instagram, er ist natürlich auch auf Instagram, hat natürlich die gleichen Videos. Hat hier auch, also er hat kein Vorschaubild genommen oder so, dass es cool aussieht. So mit 20% Rabatt auf dem Laptop oder inklusive Dingen. Also es fehlen hier Vorschaubilder. Hier sind auch mal 12 Aufrufe, mal 200 Aufrufe, hier mal 1000 Aufrufe, hier 1700 Aufrufe, dann wieder 17 oder so. 3000, das Ding muss wohl durch die Decke gehen. Das kennen auch wohl viele. Ist ja halt für die Literatur. Ich glaube, er könnte hier noch ein Call to Action reinpacken. Hey, Link ist im Profil, also ich weiß es ja nicht. Er hat keinen Kommentar gemacht. Hey, du willst es kaufen. Also es kommt hier im Profil, hier ein Kommentar. Hey, klick auf den Link im Profil und sichere dir das. Oder kommt mir in meine Telegram-Gruppe und verpasst keine Angebote mehr. Aber es sind auch viel zu wenig, das Ding hat ja auch Namen. Massage, Wellness, Fitness oder so. Massage-Pistole und so. Hat er jetzt hier genommen. Aber ich würde hier halt die Hashtags komplett ausnutzen. Und hier halt Vorschaubilder, die cooler sind. Kann man ja ganz gut machen. Ich habe das ja hier zum Beispiel bei Michael Kotze auch getestet, so ein bisschen. Mit den Vorschaubildern. Also, ihr habt dann halt ab und zu mal nur mein Gesicht. Da gucke ich dann halt, hey, wie viral gehen die. Oder dann halt hier ein Vorschaubild. Hat den Vorteil, dass diese Vorschaubilder bei den Beiträgen auch besser aussehen. So wie hier, ne? Top 12. Das ist halt optimiert. Und das ist ja auch ein Real. Und das sieht dann halt so aus als Real-Format. Und dann habe ich... So macht das halt ein bisschen mehr Sinn. Dann sieht es auch cool aus. Bei YouTube ist noch ein bisschen ein Sorgenkind. Obwohl YouTube ist wahrscheinlich die beste Plattform ist. Weil man kann dort die Links direkt reinpacken. Das heißt, ich habe ja hier zum Beispiel diese Solar Power Bank. Und der hat echt kein Kommentar reingeschrieben. Also er hätte jetzt hier den Affiliate-Link sofort reinpacken können. Also weder sofort Richtung Amazon oder diese Butch-Page. Hat er nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Das ist natürlich total viel Geld, was hier verloren geht, weil er das nicht macht. Wenn ich dann hier oben auf die Beschreibung des Videos gehe. Er hat hier auch über... Also ich weiß nicht, ob er dann halt hier noch Takes genommen hat. Keine Hashtags. Produktnamen nicht. Gar nichts. Vielleicht suche ich ja Solar Power Bank. Kaufen Solar Power Bank Erfahrung. Vielleicht gibt es dann halt... Also er hat das alles nicht gemacht. Er hat einfach nur diese Page hier eingeführt. Also alles, was grundlegend cool ist, hat er gar nicht gemacht. Auch den Kanal hat er noch gar nicht optimiert. Er ist gerade erst dabei, ist wahrscheinlich. Aber wenn du zum Beispiel meinen Kanal siehst, hier ist ein Banner. Hier sind die Links drin. Und, und, und. Und das ist natürlich schon ein bisschen mehr optimiert wie dieser Kanal. Ich würde diesem Kanal jetzt nicht unbedingt vertrauen. Aber er ist jetzt gerade erst am Aufbauen. Er hat ja auch den Fehler gemacht. Ein paar Videos sind über eine Minute. Und die haben natürlich gar keine Aufrufe, weil das keine Shorts sind. Und der Kanal lebt halt von den Shorts. Und, ich weiß nicht, was er hier gemacht hat. Keine Aufrufe, da hat er irgendwie was einen Fehler gemacht. Aber, ähm, da ist auf jeden Fall noch extrem. Du siehst die Verkaufszahlen bei den jetzigen Sternen. Aber wenn du das alles optimierst, dann geht das durch die Ecke. Ähm, ja, keine Ahnung, warum hier auch gar keine. Ich würde vielleicht auch, also wer, er hat selbst das Ding nicht geleitet. Kein Kommentar, und so weiter, reingepackt. Ich würde auch mal, äh, äh, was reinpacken. Ähm, und dann, wenn wir hier oben noch mal in die Beschreibung reingehen, ja, also, ich hätte das jetzt echt optimiert auf, ähm, LED-Lampe, LED-Lampe kaufen, und keine Ahnung was. Und die ganzen Keywords, womit er halt Geld verdienen könnte, damit er Reichweite aufwandt, das ist gar nicht da drin. Das ist ja noch nicht mal, das Wort Shorts, Hashtag Shorts oder so. Also, da ist so viel Optimierungsbedarf, dass er dann halt, ähm, ruckzuck ist, wahrscheinlich auf 300 Euro am Tag ist, wenn er so weitermacht in den Tempo. Und, wir sind hier vorne, bei diesen Videos, du kannst einfach, überleg dir mal, du machst einfach, wenn du wirklich einen 8-Stunden-Tag hast, du machst das 8 Stunden lang, und mehrere Nischenkanäle, wir haben jetzt hier gar keine Nische, ne? Wir haben gar keine Nische, wir haben einfach so alles an Produkten. Ähm, ja, ein bisschen Technik-Blastik, könnte man jetzt sagen. Aber, ähm, deshalb würde ich hier eher auch Deals und Coupons, ich würde es eher, äh, Technik-Schnäppchen nennen, oder? Also, auch in Deutschland, wenn ich was suche, Angebote, Schnäppchen. Oder, äh, Technik-Rabatt-Codes, äh, man muss mal gucken. Äh, äh, auch das, das Bild, Best-Deals, und dann halt, ja, ich würde halt den gleichen Namen nehmen, ne, damit es halt eine Wiedererkennung gibt. So ein paar Optimierungssachen, was da echt noch, äh, die da machen kannst. Aber, überleg dir mal, du nimmst das Handy, suchst die Angebote raus, wie viel du von diesen 1-Minute-Videos am Tag machen könntest. Können wir einfach 10 TikTok-Kanäle machen, und dann noch die Automatisierung. Aber wir gehen erst mal in die Nischen rein. Also, wir machen das ja mit den, ähm, ebay-Partner-Programmen können wir das machen, oder mit den Amazon-Partner-Programmen. Bei ebay kannst du das natürlich auch machen, und auch mit gebrauchten Sachen, oder? So Sammler-Sachen. Also, das hat ebay-Partner-Programm habe ich extra aufgemacht, um zu sagen, ey, komm, ein Partner-Net, äh, Amazon ist cool, aber ebay ist auch cool. Und da Digistore24-Affiliate-Marken kannst du natürlich auch mal ein rein, mit Gratis-Büchern, oder? Ähm, musst du halt natürlich so ein bisschen aufpassen, ähm, da gibt es jetzt nicht so viele Bücher, ne? Die hast du ruckzuck abgearbeitet bei Amazon und bei ebay. Es gibt halt Zug, äh, ich würde zum Beispiel einen Kanal machen, nur mit Lego-Sachen. Äh, drei Videos am Tag mit Lego-Schnäppchen. Und die gibt es dir auch, 28% mit Rabatt und so. Hier, hey, komm, hier, willst du das Ding kaufen und so weiter. Und da kannst du natürlich auch, äh, ganz schnell und einfach noch eine Telegram-Gruppe zu machen und so. Und diese Schnäppchen-Dinger hier, 14% Dings. Das Ding war ausverkauft, das ist wieder da und machst du halt die Videos. Oder hier von Dr. Strange von Marvel, äh, einfach mal 10% versparen. Hier, 20% sparen und so. Also, und dann kannst du auch diese Mischung machen mit ebay, dass du Sachen, die, äh, die gebraucht sind oder so, ne? Also, ähm, zum Beispiel könntest du jetzt einfach mal auch so Sachen raushauen wie, äh, Lego. Und dann gehen wir auf die teuersten Sachen und dann einfach mal so, einfach nur um Klicks zu bekommen. Nicht unbedingt um zu verkaufen. Ja, die Leute kaufen da vielleicht was anderes, aber um zu, um viral zu gehen, ne? Also könnten wir da auch die teuersten Sachen und sagen, hier, Achtung, ähm, 8.000 Euro Millennium Falcon mit Unterschrift vom Designer. Ist da jetzt dabei. Oder, hey, ganze Lego-Landschaft zu verkaufen. Ja, oder es gibt diesen Eiffelturm, der auch, äh, oder hier, eine Figur, 5.000 Euro. So, und du machst dann halt TikToks zu diesen Auktionen, auch einfach eine Bildschirmaufnahme. Und dann verlinkst du die Auktion. Und ja, du verdienst Geld, wenn du dann halt, äh, äh, Traffic bringst. Und, ähm, ja. Und es gibt ja genug teure Sachen. Keine Ahnung, warum diese hier 4.000 Euro kosten. Keine Ahnung. Wie kostet 4.000 Euro? Okay. Ähm, oder hier. Und dann, das sind so viele coole Sachen dabei. Also, du hast ja so viel Content oder auch die Lichter. Du machst einfach hier, ähm, es gibt die auch bei Amazon, diese ganzen Lichter oder so. Und, oder, oder hier dann auch die normalen Autos oder so aus den 60er Jahren. Also, weiter, ähm, Nische, nur Legos oder nur Klemmbausteine. Lego ist natürlich, nimm nicht das Wort Lego in deinen Kanal rein, äh, Name und so, wegen Markenrechte und so. Aber Klemmbausteine, oder? Und dann könntest du halt hier, oder du machst nur Autos von Klemmbausteinen, oder? Ne, 15% Rabatt. Das ist ein neues Set, kostet normal 400 Euro. Und du postest, hey, hier gerade im Angebot. Und, hey, komm auch in die Telegram-Gruppe, um kein Schnäppchen mehr zu ver- Weiter, so Popfiguren, du machst einen Kanal nur mit so Popfiguren. Weil, jetzt ist es so, die Sachen sind sehr günstig, diese Popfiguren. Und es sind halt, ähm, junge Leute bei TikTok. Das heißt, ähm, das ist ja genau die Zielgruppe, ähm, die dann auch diese Popfiguren vielleicht kauft. Und du hast einfach extreme Möglichkeiten, halt jeden Tag drei Videos zu machen, Neuerscheinungen. Hey, Leute, äh, es gibt nur noch drei Stück, äh, auf Lager oder zwei Stück auf Lager, weil die bald ausverkauft sind. Die werden nicht mehr produziert, oder? Die Leute folgen dir einfach und du machst einfach diese ganz einfachen Bildschirmaufnahmen. Dir hier auch wieder die Pistole. Weil es sich wirklich viele gewünscht haben, habe ich hier nochmal einen Rabatt-Code und einen Rabatt-Code. Oben drauf nochmal für eine Massage-Gipsole und zwar von... Und hier vorne, wenn ihr das dann habt, ja auch noch beantwortet die Fragen und so weiter. Ne, also, hey, komm in die Telegram-Gruppe, ist verlinkt oder so, um keinen Rabatt-Code mehr zu verpassen. Nächste Nische wäre dann zum Beispiel Angeln. Angelzubehör. Du machst einfach einen TikTok-Kanal zum Thema Angeln. Also, du kannst natürlich alles machen, aber umso besser die Nische ist, umso cooler ist es dann auch. Und... Das ist cool. Übrigens, es gibt ein Bonus-Video für die Kanalmitglieder. Wenn du hier oben Kanalmitglied bist und... Du hast dann noch bestimmte Vorteile, bestimmte Smileys und so weiter, mache ich dir ein besonderes Video im Mitgliederbereich. Und es ist ja auch egal, ob du jetzt hier Mitglied wirst für 4,99 oder VIP. Beides nur noch die exklusives... Beides nur noch das exklusive Bildmaterial und Videomaterial und so weiter als VIP verfügbar und nicht als Unterstützer, als Umsetzer. Aber zur Zeit bekommst du halt, egal welche Mitgliedschaft du buchst, das... Und da ist es halt jetzt so, ich habe da ein Bonus-Video hochgeladen zu dem Thema, wie findest du die Rabatt-Codes in Facebook. Also, und noch ein paar andere Amazon-Tipps und so weiter. Und noch ein paar Nischen. Ja, und ich packe dir auch noch ein PDF da rein, welche Nischen cool sind. Okay, also, werdet gerne Kanalmitglieds. Weiter. Ein... Nur mit Marvel. Nur mit Marvel einen TikTok-Kanal. Dann... Nur mit Süßigkeiten. Nur mit Süßigkeiten. Das habe ich sogar in meiner Mastermind vorgestellt. Also, du kaufst diese Süßigkeiten in dem Fall für 7 Euro. Machst ein Auspack-Video. Richtig schön. Professionell. Stativ, Kamera und so weiter. Zeigst alles in die Kamera und sagst, hier, guck mal, richtig lecker und so. Und dann machst du noch ein Video mit jeder Süßigkeit einzeln. Und ein Test-Video, wie du das probierst. Und sagst, wie schmeckt das überhaupt? Und es gibt sehr, sehr viele Süßigkeiten. Du kannst amerikanische Süßigkeiten, Boxen kaufen und und und. Natürlich könntest du auch jetzt so ein Score-Video machen oder einfach eine Bildschirmaufnahme. Aber das dann halt wirklich auspacken, die Videos mit knistern und so weiter. Alles in die Kamera zeigen und so. Jedes Produkt hier zum Beispiel, du kostest für 21 Euro im Karton, hast 21 Produkte und du kannst fast 40 Videos daraus machen. Einmal das Produkt vorstellen, das Auspack-Video, jedes Produkt einzeln und so weiter. Das heißt, du hast 21 einzelne Videos, dann das Auspack-Video, dann halt jedes Video vielleicht nochmal, wie du das probierst oder so. Und Best-of-Videos oder so. Vielleicht Party-Hits, die drei besten Süßigkeiten, hast du wieder ein Video, die drei besten amerikanischen Videos und und und. Und das kannst du auch mit sauren Sachen machen, mit Sachen aus Tokio und und und, weil es gibt hier alles mögliche, russische Süßigkeiten, polnische Süßigkeiten, Süßigkeiten aus aller Welt, eine Box oder so, wo du sagst, ey komm, ich hab die mal gekauft und schauen wir einfach mal dieses Amerika, Japan, Europa und so drin. Und das ist ein cooles Ding. Ich glaub, da mach ich auch für die Kanalmitglieder irgendwann mal ein Video. Ähm, jetzt, wir wollen es automatisiert haben. Wir laden, ich hab ja gerade am Anfang des Videos, hoffentlich, weißt du noch, und hoffentlich hast du auch abonniert und die Glocke bittet. Ich hab ja gedacht, wir machen das halb automatisiert. Das heißt, wir laden nur hier bei TikTok die Videos hoch und auf den anderen Plattformen werden die automatisch gepostet. Und dafür nehmen wir dieses Tool hier. Den Link packe ich dir unten rein in der Beschreibung zum Tool. Und du ladest wirklich nur auf TikTok Video hoch und kannst dann einstellen, weder per Hand oder automatisiert, wo dann halt die Videos gepostet werden. Und du kannst die dann halt überall posten. Und ich hab mich auch eingeloggt und zeig das mal. So, hier hab ich mich eingeloggt. Ich benutze noch die kostenlose Variante und hier kann ich Workflows anlegen und connecten meine Plattformen. Zum Beispiel hab ich jetzt TikTok und Facebook connected. Ich kann auch Templates einfügen und so, wenn ich für bestimmte Plattformen irgendwelche bestimmten Informationen haben möchte und so. Was echt geil ist. Und bei dem Workflow ist es jetzt so. Da kann ich jetzt so ein Beispiel werden. Ich hab jetzt nicht, ich hab jetzt das auf manuell. Aber du kannst es auch dann halt bei der Bezahlversion auch automatisch und dann halt sobald es dann bei TikTok veröffentlicht wird, wird es ohne Wasserzeichen auf den anderen Plattformen veröffentlicht. Ohne Wasserzeichen. Das macht das Tool alles automatisiert. Deshalb hol dir das Tool, wenn du das automatisieren willst und viel Zeit sparen willst. Ich geh mal kurz auf View Content und du siehst hier zum Beispiel, hier ist es veröffentlicht, hier ist es veröffentlicht. Diese Videos sind noch nicht veröffentlicht und ich brauche jetzt einfach nur hier draufklicken und dann veröffentlicht dieses Video auf Facebook. Weil, das sind ja die Videos von TikTok und ich möchte auf Facebook veröffentlichen. Ich klicke jetzt einfach hier drauf. Das habe ich ja alles hier so voreingestellt, ist ja alles okay. Ich könnte jetzt hier den Text noch ändern, wenn ich dann halt für Facebook oder so einen anderen Text haben möchte oder ein Vorschaubild oder so, könnte ich das auch noch hochladen. Aber ich könnte es auch planen, das ist auch ganz gut. Aber ich möchte es einfach jetzt veröffentlichen. Und jetzt ist mein TikTok in ein paar Minuten einfach automatisiert bei Facebook veröffentlicht worden. Also, es wird jetzt gerade bearbeitet und oder hier bei diesem gehe ich einfach mal ganz kurz drauf und sage, hey, ich möchte das halt, keine Ahnung, irgendwann veröffentlicht haben. Ja, ich habe ja auch eine Uhr. Ich möchte aber AM und da möchte ich das aber um 12 Uhr veröffentlicht. Also, oder um 11 Uhr. 11.31 Uhr möchte ich jetzt veröffentlicht haben. Und dann kann ich jetzt hin und alles gut. Das ist echt gut. Also, halbautomatisiert, du ladest diese Bildschirmaufnahmen hoch, du brauchst kein Gesicht. Ist die praktisch cool? Sehr, sehr geil. Wie gesagt, die Zahlen sprechen ja von der Conversion und so auch alles. Also, Fazit zur Strategie. So einfach geht Geld verdienen im Internet. Natürlich habe ich auch noch mein JetSat Affiliate System und so. Meine Master meint, wenn du weitere Unterstützung brauchst, dann Geld verdienen. Und auch noch ein weiteres. Auch ab. Und wer schreibt mich auf Instagram an, auch wenn du eine Stunde Coaching brauchst, wenn du nicht weiterkommst. Also, ich kann nicht eine Stunde unterstützen. Ich kann dich zwölf Wochen unterstützen, wie du möchtest. Und ich freue mich auf deinen Kommentar, ob die Strategie kommt. Ich bin raus. Ciao.